Hört ihr es auch schon? Ich weiß, ich bin früh dran, aber das ist gar nicht schlimm, in drei Monaten ist nämlich Weihnachten und ich würde euch heute gern die Lampe des Quartals vorstellen und zeigen und ja, Sparkle Snowflakes heißt sie und das ist einfach Weihnachten, das ist einfach voll, es passt absolut in die Jahreszeit, kommt zum 1.10. raus und ich zeige euch jetzt erstmal die Schale. Dann erkennt ihr es vielleicht schon, sie hat einen silbernen Rand, auch hinten steht wieder die 4, es passen 4 Wachswürfel rein, ohne dass die Schale euch überläuft. Ich kann das ein bisschen musikalisch hintermalen, Moment. Wie schön ist die? Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ihr da nicht in Weihnachtsstimmung kommt, dann weiß ich es auch nicht. Die ist so schön, seht ihr diese bunten Glitzerflocken, die Schneeflocken, ich zeige sie euch auch gleich, wenn sie an ist, weil die auch die Schneeflocken an die Wand schmeißt. Ich finde sie so schön, also ich eskaliere gerade völlig mit Sensi, weil die ein paar mal nach dem anderen raushauen. Die hat eine 25 Watt Glühbirne und ich würde sagen, wir machen sie mal an, dann seht ihr, was ich meine. Achtung, wie schön kann eine Lampe sein? Ich halte sie mal kurz gegen die Wand, damit ihr auch den Schatten seht, den sie schmeißt. Ich hoffe, man kann es sehen. Wie schön ist sie? Seht ihr die Schneeflocken? Also ich finde sie super. Gibt es ab dem 1.10. die neue Lampe des Quartals. Gibt es für drei Monate oder bis sie ausverkauft ist. Und tatsächlich wäre ich bei der echt schnell. Kostet 57 Euro. Und dazu gibt es natürlich auch den Duft des Monats Oktober. Den möchte ich euch auch gleich zeigen. Und zwar ist es Vanilla Chestnut. Vanille und Kastanie. Absolut perfekter Duft für den Herbst. Absolut perfekter Duft für Oktober. Und es ist auch einer der knallt. Ich habe ihn schon gerochen, aber ich rieche ihn gerne mit euch nochmal. Der ist richtig. Man riecht diese süße Vanille raus. Man riecht aber auch genauso diese Kastanie raus. Und ich finde so ein bisschen Muskatnuss. Also schon auch ein bisschen was Herberes. Aber wenn ich nach Hause komme und ich habe das Wachs in der Lampe, das ist einfach richtig warm. Das ist so ein Welcome Duft. Also absolut geil. Vanilla Chestnut. Zusammen mit der Lampe absolut gelungen. Ja, das war es auch schon. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf. Ich verdufte. Bis dann. Ciao.